Hallo, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler als Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an Echtprofis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hallo ihr Willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. für die Wii U. Geplänkel, nein Quatsch, hart auf hart. Ja, wieder ein neuer schöner Tag, wieder ein bisschen Online-Kämpfe, 1 gegen 1, genau. Und, ja, besuchen wir unseren Glück hier heute mit dem nächsten Charakter. Und zwar habe ich mir vorgenommen mit Rosa, da oben Mario. Warum nicht? In den Klamotten. So, ist noch keiner da, jetzt ist einer da. Isaac, okay. Ich wollte es immer noch so neu, mit dem Kontroll zu spielen. BAMS. BUFF. Ah, freue mich. Okay. Ja, natürlich hier. Hochcompetitive für Kämpfe. So ein Gänseflüßchen, competitive, baked, okay. Na, was ist los? Okay. Ja, aber auf den ersten Blick sieht er so aus, als würde er zum ersten Mal den Typen spielen. Boah, ich bin beinahe zu mir gedreht. Na, komm her. Ich kann auch so was hier. Familienpunch. Kann er sich damit umdrehen? Den Angriff? Das Spiel schon wieder so rumlegen. Ja, der dreht sich so im letzten Moment immer um. Und so. Hier, wo ist das? Was ist das? Ja, wir sind ja nicht ins Street Fighter, wo wir uns mit projektieren, ja, wegkauen. Wer jetzt kein Profi, aber so vom Aussehen würde ich irgendwie sagen, der spielt den Typen zum ersten Mal. Keine Ahnung, es werden irgendwie die ganze Zeit in den Angriff, meinetwegen. Ich kann mir so vorstellen, der läuft ja. Der wird irgendwie locker da rein auf. Ich habe so ein Gefühl, was? Siehlein. Ma. So dreht er sich jetzt mit dem Angriff um oder nicht? Das waren jetzt so unnötige Treffer schon wieder. Ma. Da, ich kann halt irgendwie nicht. So, ma. So geht das. Okay, cool. Okay, ich habe Rigo aber auch noch nicht so oft gespielt. Ich komme mit dem aber auch nicht klar. Ich kann sagen. Ja, na, ich kann den Scheuken ja. Äh, äh, Hadouken. Zurückschießen. Werde sich beim Hüterhaus. Da draußen. Hauen. Hau. Na, dieser Angriff, ne, ich weiß nicht genau, was der macht. Das ist das Problem. Hm. 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 Das war's, oder? Na ja. Stimmt, der kann er den auch noch. Ah. Komm schon. Bams. Der antwortet aber jetzt mal mit dem Feuerball, wenn ich ein Feuerball gemacht habe, mit seinen Hadouken. Bams. Hey. Hat man einfach mal das Spiel so leckt. Das ist das devrait- und deswegen würde ich jetzt sagen war ich habe gewonnen ja und noch sowas voll gewonnen bei einem sehr schön spieler mann ordentlich geleckt das muss doch nicht sein mann ok erster kampf gewonnen sehr schön es wäre sehr gut für meine für mein selbstvertrauen danke dass du mich hast gewinnen lassen so und jemand anders nein ich möchte meinen anderen ich habe nicht irgendwann gebannt werde weil ich irgendwie immer die ganze zeit aus den kämpfen ausgeben ich muss mal kurz gucken aufnahme schalten alles schalten alles flüssig zu sein man sieht irgendwie schon hier bei meiner aufnahme wenn irgendwie ein bisschen verzögert so richtig stark ich meine das ist bei mir immer verzögert das hat aufnahme aber irgendwie so um stottern ist dann sieht man das recht dass irgendwann in der aufnahme nicht stimmt und das ist nicht so glaube ich nicht es ist nur die internetverbindung die ganze zeit flüssig laufen dann wäre alles sehr gut es ist also was von so weit von destiny und sage ich mal ich komme auch drehen hier ja ich auch ja er schon besser mal immer wir kommen ja mit dem an das ich komme ja mit dem angriff neun geht schnell ja das ding habe ich noch gar nicht was ich auch mal machen so wie in 64 weil damit habe ich immer da sagt mein wasser dingen dass ich so oft benutze zu tief seit oder habe ich schon lange nicht mal getroffen habe ich das gefühl so jawoll voll epischer kampf irgendwie wenn ihr ob das an den charakteren jetzt nicht oder wort der beruht wollte der rot heute seit ich sah da bin ich war ein land okay da war ein guter kampf muss man ja sagen schade hätte ich gern gewonnen weil es war einfach so okay aber leider jetzt einen anderen gegner wenn ich sende der mir eine freundes anfang oder irgendwie so was keine ahnung weil er sieht sich ja im internet ja genau habe ich jetzt 1 gegen 1 ja okay so nächster kampf mit goku war aber mit und goku passen doch gar nicht zusammen die ladebestände sind irgendwie schnell also muss der internetverbindung irgendwie gut sein wenn ich mir mal oh gott geh weg da wird unschön ja dafür sehr und schön ja das ich komme auch auf lanier nein aber ich werde ich darauf hoch galt irgendwie vor wenn du dann öfter so aufgeladen angefangen macht ja ist gut trifft mich damit nicht ja ja man dabei in den boden gestoppt wort wörtlich genau gleichen farben wie ich wenn ich gerne darf mal hin und wieder steuern würde gerühlt 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 oh nein sollt so wie der liebe so ich schon mal wo vielleicht auch irgendwie so best of three machen aber ne wer kommt jetzt am besten noch mal gerne dorf lucas okay ja ja folge tricks dir ja da das treffen warte mal kann man feuerball absorbieren ne mein familien punch ging daneben so schnell nicht damit ob er es schafft mich rauszuhauen weil ich habe voll schwierigkeiten mit so nest und lucas gegner rauszuhauen ja genau die backprose die sind gefährlich dabei sich alter im aufhören mit den ganzen nennt man das nochmal spiken von dem bogen gestampft wieder wort wird nicht oh mein gott alter alter mal okay aber darin läuft da nicht einfach nicht geschlagen im combo kenne ich irgendwo habe ich das gefühl 5 nein 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 jetzt geht doch was das das denn dann sind die charaktere hatte gerade den meisterschwerter ausgezogen ich glaube nicht ne auf den ersten blick so danach auch was aber ich habe auch keine ahnung von selter deswegen ja jemand anders bedeuten denn diese ich habe gerade gemerkt da sind so also nicht so kreuze neben dem profil und hat irgendwie die siege die ich heute schon geholt habe oder was jetzt nicht mehr was war römer wo ihr passen glaube ich viele kämpfe rein viele die ich irgendwie auf der phrase krieg ich möchte auf mein intro nur zurückweisen und die projekt so dass wir so ein experte oder mach ich mich alter spielte hektisch habe ich euch mit klar wollte gar nicht machen da hat ja familienpunch aber knapp geht da nicht runter familienpunch fans so wie ein punch das ist ein auch keine eier ja ja das war fast was macht nicht diesen komischen ok damit dem ei wenn mich hier so schlucken will und dann ab und packen will ist mein reich hier du kannst bin ich einfach erledigen hallo ich glaube dafür dass du arbeitest versorgt hier mit arbeit essen und was weiß ich ich noch mit mario zurückweisen unsere beziehung noch mal vertieft wird wir sagen aber ist ja eigentlich voll einfach so kontern würde ich sagen nein das auto ja wie es allerdings schaffen mich irgendwie aus der arena zu kippen bin ich so gut denn soweit laut wir sprechen uns noch mal zu hause ich glaube bloß und hat du heute noch zu essen bekommst ich hätte bei luigi als reit hier nehmen sollen nein ich kämpfe auf war ich möchte machen ich möchte jemand anders ich möchte mal einen anderen jetzt gehen als weil ich der letzte oder vorletzte kampf würde ich sagen die die space space jay ist okay die musik gut kann es ja noch abgehen da kann ich ja noch gewinnen mit mit dem sieg herr noch ausgehen luigi kämpfe gegen alle mario charakter karte sein als erst muss ich bau seine fresse geben dann meinen eigenen zweiter und jetzt mein bruder das ist ja nicht was was warum es ist noch der kampf läuft flüssig alles gut weg schrecklich wie du machst den ja endlich mal ja ich kann soweit nicht mit außer arena ja mit in die fresse zum teufel hatte mein feierball gerade wieder weise nicht zurückgeschlagen das sagen wir aus als wird irgendwie an ihn abgeprallt also nicht abgeprallt aber irgendwie so weiß ich nicht irgendwie so ein gegner band geworfen wäre einfach so runtergefallen jetzt machen wir jetzt das der inkontest oder was jetzt aber schön aber sehr gut sehr gut die hand sie passt grad voll voll über episch mich hat auch mal mein wasser dingen hier aufladen sollen als die zeit hatte gerade als der ausgeflogen ist aber nein doch schon ein sieg möchte ich nach hause fahren sehr gut war luigi ich meine luigi ich irgendwie nicht mehr in andere zugreifen oder soll jetzt war den ihr wollt danke fürs kämpfen und ich würde sagen das war der letzte kampf ich habe zweimal gewonnen glaube ich ja sehr schön ich krieg zwar vom weiß nicht mein reittier auf der fresse oder von meinem erzmann aber nicht von meinem bruder nennen wo habe ich gegen gewonnen gegen browser oder weil sie jetzt gar nicht den browser habe ich auch noch muss ich mal gleich gucken aber egal das war der part wollte und wir sehen uns dann in der nächsten folge von netzplay super smash war das hart auf hart ich bedanke mich alle zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge